hallo und willkommen zurück zu einer weiteren video mit dem spiel allstars racing und jumping gleich und mit mir dem herrn gleich genau so auf geht's wir spielen ist es rausgekommen ist erst rausgekommen das bedeutet unten in der video beschreibung findet ihr den link zum spiel und ich bin hier mal gucken das wollen wir doch mal sehen das wollen wir doch mal sehen also wir müssen einmal drücken um einmal zu springen einmal zu jumpen und ihr müsst zweimal drücken für einen double jump ok take this you can get nehme das was du kannst entweder ein booster also ein speedup oder springer genau so eine sprungfeder da run through to get one skill wenn ihr quasi unten habt ihr diese drei skills oder zwei skills in meinem fall dann könnt ihr euch dadurch noch viel so ein meter durchschreiben durch dieses skills run through same kind of item zweifach combo vierfach combo vierfach combo bei den und dann müsst ihr also gegner attackieren um bessere combos zu bekommen müssen wir mal schauen so also gucken der rote da hinten das ist dann wohl der herr sofort und da ist er auch schon gleich das erste mal gescheitert direkt auf dem speed nein was machst du hast aber glück dass du den double jump noch hattest du bist voll lahm das ist level 1 na das ist level 1 das ist das einfachste level und du bist letzter jetzt hat er noch mal jemanden abgeschossen es wird aber trotzdem nicht reichen für ihn oder doch wirst du wenigstens vorletzter war letzter oh mein gott er ist vorletzter geworden so jetzt muss ich euch mal zeigen wie sowas wirklich funktioniert wo muss ich bringen da springe ich warum bin ich langsamer als die anderen und warum hat er mich was hat der hat der hat mich einfach glaubst du es ist level 1 ja ja schon klar so ich muss erst mal gucken was ist hier alles für möglich warum es ist weder von ad noch 60 es ist egal es ist völlig egal das macht jetzt keinen unterschied so noch mal wenn man noch mal springt wird man langsamer okay also darf man nicht noch mal springen ach so und dann müsste ich eigentlich ein double jump machen um schneller zu werden also beziehungsweise um länger die geschwinde nee das geht ja auch nicht wenn ich springe weil ich ja langsamer kann ich noch irgendwas machen das ist level 1 wo habe ich denn den einzigen fehler nicht gemacht habe war doch ich bin ja schlechter habe ich nicht einen moment mal das geht ja gar nicht abwechselnd warum was ist denn da passiert ich bin ein einziges mal von dem runter gekickt worden und bin deswegen letzter wie kann man wie kann man schneller werden muss doch noch eine möglichkeit geben wieso werden die denn alle schnelle außer mir was mache ich den fall ja der ist da direkt auf dich drauf gesprungen hat ich langsamer gemacht dadurch habe ich irgendwas nicht verstanden doch man kann den double jump machen dann fliegst du jetzt nicht mehr so du bist du bist genau so schnell wie ich wahnsinn ich habe einen getroffen du hast eingetroffen ja das wird dir jetzt warum sind wir so langsam wie so slow was heißt einfach schlecht ich mein hast du irgendwie du hättest wahrscheinlich ein boost oder sowas mitnehmen müssen dann kann das sein oh mein gott es funktioniert so nicht normalerweise lenken und so wie die es nicht das ist jetzt gerade weil ich noch mal die stream anstellungen hatte und deswegen ach so ich muss direkt auf da wenn du direkt auf den dingern landest nein was mache ich denn ich idiot ich muss dir du musst direkt auf diesen boost dingern landen dann dann nimmst du dann nimmst du die geschwindigkeit mit ja dann sollte man so wie ich es gemacht habe sollte man es nicht machen ja wir müssen wir müssen auf diese boost dinge springen warte mal oder guck auch mal ob es irgendwie so ein boost was machen das haben die denn eigentlich so wie wenn die so schnell guckt die springen da direkt drauf und dann werden die so schnell ja jetzt bist du oh ja der herr sofort jetzt kann man auch davon weg springen quasi und wird dadurch schneller so ok you have to jump from the speed das hast du gut gemacht action also geht doch wunderbar siebte platz jetzt immerhin schon und jetzt ja sechster platz schon ok jetzt wissen wir schon mal ein bisschen mehr wie es funktioniert immer davon weg springen oder drauf jetzt drehe ich aber voll auf jetzt drehe ich aber voll auf leute ich habe es glaube ich kapiert ich bin mega erster jawoll ich habe es geschafft jawoll und wenn ich jetzt nicht noch irgendwie runter falle sollte ich das eigentlich gewinnen oder nein wo er ist da so geht das so geht das kannst du noch von deinem alten hat er noch was lernen so funktioniert das so brauche ich noch nicht mal die 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 waffen hat er schon wieder hat irgendwie Das kann doch nicht sein! Das kann doch nicht sein! Nein, nein, nein! Das gibt es doch gar nicht! Weg, weg, weg! Nein, nein! Nein! Nein, guck der Platz! Fünfter Platz! Egal, Fünfter Platz! Guck dir das an, ey! Biet mal Bier, krass! Ja, nein! Nein! Gibt es da noch einen anderen Dog? Ah, da gibt es noch einen Affen! Ja, ja, genau! Brauche ich zwar nicht, weil ich werde eh gleich wieder erster sein! Da gibt es noch einen Affen! Ja, da vorne ist ein Affen, ja! Ah, was hat der mit mir gemacht? Was hat der mit mir gemacht? Der hat dich angekokelt! Nein, 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 nein! Alter! 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 Oh, ey! Wuuu! Los! Ich bin aber schon wieder am Start! Kannst nicht schießen! Boah! Was mache ich denn? Keine Ahnung! Aber ich bin besser als du! Gesundheit! Boah! Vierter! 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 Immerhin! Ich habe schon verbessert zu dir! Schon besser geworden als du! Level 4? Was? Wieso Level 4? Achso! Ja, dieser Boost! Ja! Nein! Nein, nein! Level 4! Das hat er gerade! Recht! Ja! Ich glaube, das war der Boost Level 4! Nein! Gucken wir an, da schießt er den vor sich ab hier! Eieieieieiei! Aber immer noch Zweiter! Alter! Den hat er noch einen mit gegeben, du! Yesas Maria! Oh! Das hat aber gut funktioniert! Eieieieiei! Eieieieiei! jetzt hast du aber hier ein rausgehauen ja ich werde jetzt sowieso erster du bist sowieso erster ja was ist denn was war das denn das sind einfach gerade alle runtergefallen wir sind dann bei zwölf Minuten angekommen was mache ich denn bitte sterbelein nein alter direkt vorm Ziel ja perfekt 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 nein 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 ja noch mal perfekt 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 ah ne das war es ja gar ja perfekt gut dann war es das von diesem Video bis zum nächsten Video haut rein und tschüss wieso schlecht ich bin genauso schlecht wie du du bist auch Zweiter geworden und nochmal unter der Videobeschreibung ist der Link zu diesem Video bis zum nächsten Mal tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020